Jo meine Freundinnen, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Runde von Let's Play Together Minecraft. Yeah! Together! Oh, was machst du denn du schon wieder da? Together! Was machst du denn du schon wieder da? Habe ich dich eingeladen, Gernot? Together! Ich habe nicht gewusst, dass ich dich eingeladen habe, aber bitte. Ich komme einfach! Wir sind hier noch immer auf der Höhlentour. Höhlentour! Und ich will endlich einmal von diesen Minenschächten hier weg, aber irgendwie kommen wir hier nicht weg. In welchem Loch sind wir hier gefangen? Nein, das sage ich jetzt lieber nicht. Das sage ich jetzt lieber nicht. Bösartiger Arsch! Bleibst du da kurz umstehen, weil ich hole mir da nur die Schienen schnell. Hier ist ein Schleimball. Ja, jetzt muss ich, kannst du eh runterkommen, wir müssen eh runter. Wo ist das Schleim? Schleimli, Schleimli! Komm her! Da, irgendwo oben da, glaube ich. Oder irgendwo da. Ja, ja! Da, da, da! Darüber! Warte kurz! Komm, hoch her, da! Komm, Billy! Warte, komm! Bitteschön! Excalibur! Habe ich Schleimli getötet? So, da, da! Warte kurz! Oh, warte! Mein Inventar ist voll! Ui, ui, ui! Was schmeiß ich denn da weg? Ich will den... Warte mal kurz... Machen wir das so, so... Hm... Nimmst du mal kurz die zwei Schienen, beziehungsweise warte mal kurz? Nein, nein, brauchst nicht nehmen, habe ich schon, danke! Mein Gott, ich bin gefangen! Hilft mir! Hm... Warte mal, da stöpsel ich kurz das Wasser zu schnell. Hallo? Ich muss schwimmen! Hier ist er! Oh, da ist ne Hexe! Hexe! Und, und, und... Zucker hat's von uns gegeben! Zucker! Tschüss! Ähm, wie kommen wir denn hier durch? Ach, Gernot! Also deine Skills, deine Bauskills sind ein Wahnsinn! Halt! Kann man Zucker so essen, na? Ne! Das wär ja auch was auch immer! Da hast du Gold, Schatzi! Kannst dir abbauen! Gold! So! Und ich nehme mal wieder die Schienchen! Die Schiene hab ich! Warte, da! Dreh dich um! Dreh dich um! Dreh dich um! Dreh dich um! Da ist ne Spinne! Da ist ne Spinne! In Spurs schon wieder! Aua! Aua! Wo ist der? Da vor dir du blindes Sendel! Hä! Seh weg! Ne! Au! Ob ich nicht schlagen! Lass mich durch! Lass mich durch! Ja dann geh ich viel Spaß! Ja dann geh ich viel bessere Rüstung an! Achso du meinst du bist der Arzt, lass mich nicht durch, ne? Warschloch, du wolltest nur leveln. Komm her Spinni. Hallo? Ich habe sie getötet. Kommst du deinen Weg zu mir? Wo ist dein Weg zu mir? Da wo die Fachen sind. Nein 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 Na da dada da da. Wo die Fackeln sind. Nee, klar. Oh, was ist denn da? Ehrlich? Warte kurz. Ich baue das da ab. Jo, jo. Ich hole nur die Schienen. Da geht's eh nichts weiter. Nein! Hm. Bist du hier geflogen runter? Jo. Oh, da gibt's auch Schienen. Hallo. Da gibt's Lappi-Slazzoli. Ui, geil! Und Redstone, was wir eh brauchen. Alter, ich wollte keine Höhlen-Tour mehr machen. Ich schocko. Ah, ich wollte eine Höhlen-Tour machen und nicht nur eine Minen-Tour. Ja, aber Minen-Tour ist auch cool. Jo, eh. Machen wir selten als eine Höhlen-Tour. So, jetzt habe ich das Wasser mal zugemacht. Und zu dem Wasser muss ich hinschwimmen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das kann ich auch ausschießen zu machen. Oh, oh komm her da. Und zack. Da komm her. Wohin? Was? Wo bist du? Leuchtet aus da, ich seh nichts. Warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal kurz. Ich bin in nicht einmal zwei Sekunden da. Warte mal kurz. Warte mal kurz, warte mal kurz. Ich bin in die Karte. Wie schluss. Ich bin in der Karte. Ja. Das ist meine Karte. Du hättest... Wieder da! Wieder da! Wippee, aber du hättest den Hälszeit ruhig abwählen können. Warum? Weil alles gehört hat. Macht ja nichts! Hat man halt gehört, wie ich meine alte gebuddert habe. Jesus Christus! Ja, der Jesus Christus, der hat bestimmt auch gebuddert. So, da hast du Lapis und Retsch und auch noch Schatz, hm? Ja, ich hab da auch noch was. Uh, da ist auch noch viel Lapis. Was ist hier los? Ein einzelner Minenschacht oder wat? Ich weiß es nicht. Diamanten! Gernot! Diamanten! 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 Oh, viele Diamanten! Diamanten, Diamanten, Diamanten! Gernot, Diamanten! Du musst herkommen, schnell! Ja, warte kurz. Eins nach einer anderen, oder? Oh, Diamanten, Diamanten! Willst du eine Kiste Diamanten machen, oder? Oh, 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 oh! Oh, schöne Diamanten! Da, bitteschön! Kein Tier. Ha, Diamanten, Diamanten, ich hab Diamanten gefunden! jesus christus da geht es oben weiter ja aber komm da geht es auch weiter da mach ich dazu nichts was ist das noch diamanten noch mal diamanten wo da 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 ganz ruhig Sind nur Diamanten. Das ist tot. Ist das schon was grau ab oder so? Ich? Nee. Schau, Diamanten. Auch wenn es nur zwei Stück sind. Hoppala. Erst drehen wir nicht rein, wenn ich da hab. Boah. Neun Diamanten jetzt haben wir schon. Wow, wo geht es denn da hin? Okay. Schöne Sackgasse. Schöne Sackgasse. Wenn du verstehst, dass ich mein. Da kommen wir runter. Ja, Willi, komm eh schon. Da musst du die Schiene wegmachen. Stimmt, warte mal. Und da hast du Lapis? Spitzhacke ist. Warte, da hast du Lapis. Muss ich Spitzhacke machen. Oh, hast du Holz? Ja. Musst du mir kurz geben, bitte. Aber jetzt komm ich auch einfach mal. Ich hab eh noch ein paar Mütter, heißt. Oh, zu großzügig. Aber jetzt hab ich keinen Platz mehr. Warte, machen wir so. So. Und wo ist die Spitzhacke? Da ist die Spitzhacke jetzt. So, wo geht's da hin? Da geht's ja auch noch irgendwo hin. Wenn ich die Fakten zusammen tue, hab ich wieder Platz. Oh, da ist Redstone Gernaut. Hm? Moment. Ja, ja, ich... Ich schätz dich eh nicht. Gernaut, wo bist du? Warte kurz, ich muss kurz wegmachen. Deshalb, ich kann... Platz eben... hu 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 hu, der ist reWsen. Bist du deppert. Da! Und das Grundgestein. Komm her da! Wbrarst du was geben? Du hast bitte kr�atschen. Ähm, da. Na, geschön. Achso, scheiße, jetzt habe ich das so abbaut. Ja, ist ja wurscht. Na, wurscht ist nicht. Hinten hast du noch mehr Erz. Eisen. Wir bauen wunderschön ab. Hoppalo. Was denn? Hebst du die Kohle auf oder kannst du die nicht mehr aufnehmen? Oh, da ist ein Creeper. He, Creepsy, komm her zu mir. Was ist das da oben? Lapis oder? Ja, da ist Lapis. Das kannst du auch aufheben, Schatz. Oh, zwei Creepers. Wow. Oh. Wo ist denn? Warte, ich schau mal kurz drauf. Jo. Oh. Die Creeper ist tot. Drodel. 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 Ach, bumm. Creepsy hat bumm gemacht. Hast du gehört? Oha. Oha. Oha, Gernot. Da muss ich ja kommen. So. Das ist so geil. Eine Höhle. Ah, das ist so geile motherfucking Höhle. Okay, da kommen wir nirgends wo hin. Oh, warte. Ja genau, das wollte ich nämlich sagen. Aufpassen, dass da nix runter kommt. So, jetzt schnell. Das ist ein bisschen gefährlich, das Eck hier. Das hier. Grüß Gott. Oh, Diamanten. Oh, Diamanten, 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 Diamanten. Oh, viele Diamanten. Oh, viele Diamanten. Oh, ja. Lecker Marsch. Na das zahlt sich mal wieder aus. Da kommt n Zombie. Da würden die Diamanten bestimmt stehen. Nein, 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 nein. Schesse. Warte kurz jetzt geht's ja wir müssen die Diamanten befreien verstößt das Problem wir warten mal kurz das ist sehr vorsichtig dass das passiert ja 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 warte mal da unten sind sie auch anscheinend waaah hm 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 ok dann muss ich zuerst hier einen Stein hinlegen dann kann ich hier zu machen weil dann kann ich nämlich hierher so und dann hier zack und dann geht's hier auch so gehen dann kann es da und dann und dann und dann und dann und dann und dann gehen wir warte mal vielleicht gibt es da mehr oder irgendwo hm es ist hm warte pass auf das ist ein Zombie wo das war mal einer da ist lapis da ist redstone da sind schienen wow was denn oder warte warte fack warte fack warte fack Oh, 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 da in die Ecke, einfach in die Ecke zu den Diamanten. Kann mir nichts passieren. Na, warte mal kurz. What the fuck.